Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 22. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1186 und heute mit den folgenden Themen. Geoblocking, AMP, Ikea, Xbox, Apple Maps, Coinbase und MagSafe. Ich starte zuallererst mit Geoblocking. Geschichten, die heute einfach mühsam sind und eigentlich umgehen werden können. Das Schweizer Fernsehen hat wie in Deutschland zum Beispiel ARD, ZDF und Co. auch eine öffentliche Mediathek. Da kann man sich das Radio- und Fernsehprogramm aus der Schweiz nachschauen und zwar von eigentlich überall oder auch nicht. Zumindest wenn man in der Schweiz ist, kann man das tun. Wenn man im Ausland ist, braucht man VPN, um eben das Ganze zu sehen. Unschön ist, Apple-Nutzer, die ja mit iCloud das iCloud Private Relay mit integriert haben, also eine Möglichkeit, um sich selber zu schützen, ein Datenschutzsystem quasi, die haben das Problem, sie können keinen Inhalt davon konsumieren, weil das Schweizer Fernsehen Apple-Geräte somit aussperren, die iCloud Private Relay nutzen. Das ist besonders umschön, weil wenn man weiss oder da man weiss, dass Apple eigentlich über ein Feed die Zuordnung der IP-Adressen und Regionen rausgibt. Also man wüsste, also der Schweizer Fernseher könnte wissen, welche IP-Adressen das eben Apple iCloud Relay Nutzer aus der Schweiz sind und somit könnte man ihnen dennoch das ganze Angebot bringen. Man müsse es nur integrieren, man tut es aber nicht. Also SRF tut es nicht. Wieso? Unbekannt, aber unschön. Das SRF gibt selber bekannt, wie man über die Nutzung von einem VPN das eigene SRF-Geoblocking umgehen kann. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ja, es könnte schöner sein. Accelerated Mobile Pages, ein Graus von Google, den sie mal rausgebracht haben, irgendwann im 2015 war es, glaube ich. Unter anderem war da Google fehlend, führend bei der Geschichte. Man kann seine eigenen Blogs, Webseiten etc. AMP-tauglich machen, so dass es eben weniger Internet, wie sagt man dem, Speichergrössen durchs Netz schleust und euch die Webseiten leichter anzeigt und somit vor allem auch viel schneller. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Was aber unschön ist, Google hat da natürlich Tracking drin. Das ist ein Grund, weshalb ich bei mir die AMP-Geschichte nur relativ ganz kurz mal drin hatte, um es auszuprobieren. Sehr mühsam und hässlich, wie ich finde. Vor allem, weil Google dann jeden Blog und dann jeden Inhalt gleich darstellt. Und da ist, ja, ich lasse mich nicht weiter über Google aus, aber ihr wisst klar, was ich meine. Wer den Browser Brave, ein sehr datenschutzkonformen oder den von DuckDuckGo nutzt, der wird sich freuen, denn die haben vom System aus, also von Natur aus, von Haus aus, wie man so schön sagt, eine AMP-Umgehung mit drin, so dass die Seiten gar nicht über AMP geladen werden. Finde ich gut, sollte man fördern und da sollten noch mehr mitmachen. Apple Safari, wie wäre es damit? Ich wäre dabei. Ikea Schweiz hat zum ersten Mal einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben. Ikea gibt den sonst weltweit raus, jetzt gibt es den für die Schweiz. Für all diejenigen, die interessiert sind daran, unbedingt mal ein bisschen reinlesen. Was mich beeindruckt hat, ist, dass man die 50% weniger Food Waste, was eigentlich das Ziel war, bis auf Ende 2020 zu erreichen, bis jetzt schon erreicht wurde. Und noch mehr beeindruckt hat mich, was das heisst, denn in diesem Zeitraum konnte man 72.800 Mahlzeiten oder 125 Tonnen CO2 einsparen. Und das sind schon heftig, wenn man bedenkt, was da alles über den Ladentisch geht oder eben nicht gegangen ist und somit hier gespart wurde. Und nicht nur gespart im Sinne für Ikea, sondern auch für die Umwelt, für die Natur und für eben das Essen, was nicht draufgegangen ist deswegen. Anscheinend ist Xbox an der Werbeplattform am Planen, Platzieren und Basteln, wo es darum geht, auf den eigenen Spielen Werbung einzublenden. So wie man es vielleicht von FIWA, diesem Fussballspielzeug her kennt, wo ihr an den Banden Werbung sehen könnt. Und das möchte Microsoft für sich nutzen, plattformübergreifend. Da ist natürlich eine grosse Möglichkeit, an einem passiven Einkommen zu generieren. Und ihr sollt dann als Spieler von den Xbox-fähigen Spielen die Werbung ganz unauffällig eingeblendet bekommen. Äh, ja, äh, ich freue mich schon drauf. Hashtag nicht. Weiter geht's mit Apple Maps und da dürfen sich alle deutschen Zuhörerinnen freuen, denn die neuen Karten sind aufgeschalten worden. Viel mehr 3D, neue Stimme, neue alles Mögliche, wie Geschwindigkeitsangaben etc. Wie mir aber der Mike gesagt hat, funktioniert vor allem das mit der Geschwindigkeit nicht wirklich, zumindest nicht so stimmig, wie es auf anderen Plattformen ist. Ansonsten war er, und das ist der Mike vom Geek Talk News Podcast, unserem Mutterformat, gemeint. Das könnt ihr Ende der Woche dann in der News-Episode anhören, was er dazu gesagt hat. So viel schon mal vorab. Dann gibt's Neuigkeiten von Coinbase, die haben nämlich ihre Krypto, also nicht Krypto, sondern NFT-Plattform gelauncht, zumindest in der Beta-Version, wo sich schon vor Monaten man sich hätte eintragen lassen können. Das Ganze ist jetzt online. Man kann sich das Ganze jetzt ausprobieren, sofern man zu den ersten gehört, die da freigeschaltet wurden. Sobald er Achim seinen Account da hat, wird uns sicherlich in einer der nächsten News-Episoden dann davon berichten. Und zu guter Letzt für all diejenigen unter euch, die eine externe MagSafe-Batterie ihr eigen nennen, ihr bekommt ein Firmware-Update, womit dann die Batterie schneller den Strom ans iPhone abgibt. Statt mit 5 Watt geht das jetzt mit 7,5 Watt raus. Und wer sich jetzt denkt, oh, was Fast Charging und solche Geschichten heutzutage würde viel, viel mehr gehen. Darum geht es ja hier nicht. Das ist ja ein Gerät, womit ihr, wenn es mal enger wird, einfach zusätzlich Strom ins iPhone fliessen lassen könnt. Und oder auch über den Tag verteilt das Ganze mal andocken könnt. Somit passt das auch mit der Geschwindigkeit. Wie bekommt ihr das Firmware-Update? Zum einen über einfache Nutzung, indem das hinten am iPhone klebt. Da kann es bis zu zwei Wochen dauern, haben wir herausgefunden. Wenn ihr es schnell gehen müsst, einfach mit einem Lightning auf USB-C-Port das Ganze an eurem Mac, egal welches Modell anhängen. Aktuellste OS X muss natürlich drauf sein. Und dann wird euer Batterie-Package automatisch innerhalb von fünf Minuten mit dem Update versorgt. In diesem Sinne, euch viel Spass mit dem Update und einen schönen Tag und ja, auch schon wieder schöne Woche, äh, Wochenende heisst das ja. Ich freue mich auf nächste Woche, euch einen schönen starten Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.